Ich habe live im Stream mein allererstes Darts Online Turnier gewonnen. Wie ich mich da durchgemogelt habe. Mentales Spiel, was alles passiert ist, seht ihr in diesem Video. Wie immer gibt es die Uncut-Version auf meinem Zweitkanal. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren für mehr so Content und jetzt viel Spaß. Das ist mein Turnier jetzt. Oh, ist der knapp. Bisschen weggerutscht. Kopf steht. Komm on. Wichtig. Ist egal. Fuck. Der war so geil, der Erste. Und dann scheiß ich so rein, Alter. Ein ganz komisches Leck bis jetzt. Entweder Highscore oder Gore nicht. Das wird wieder gar nichts. Ich habe es gespürt, ne? Wird wieder geil oder nix. 86 ist aber geil. Komm on. Bis 2-0. Richtig. Egal. Mann, der muss in die 18 für Bullseye. Ich wäre auf Bullseye gegangen, auch wenn er weit weg ist. Mega. Ich hätte es genommen für den Push, für den mentalen und für den Clip. Wenn Tops da ist, ist mein Spiel so viel besser. Crazy. Tops entscheidet, ob ich gut oder schlecht spiele. Das Coin Flip aber auch. Richtig. Schön geworfen. War jetzt kein krasser Score, aber war schön geworfen. Schön mit Ruhe. Jetzt ist die Ruhe da. Weil ich weiß, ich bin bis 2-0 vorne. Auf geht's. Ich muss noch reingehen. Damit habe ich keinen Finish. Nimmst du Geld, wenn man Platz 1 macht? Nee, aber ich glaube, es gibt so Punkte irgendwie auf der Webseite oder so. Und in den Statistiken steht halt, dass du ein Turnier gewonnen hast. Sieht ganz cool aus. Bisschen näher, glaube ich. Ja, Glück gehabt. Mit einer 1 starten ist immer ekelhaft. Das wird ein Dogfight, glaube ich. Ich glaube, das Spiel wird eklig. Ich glaube, es wird kein schönes Spiel. Wird hässlich. Die hässlichen Spiele müssen wir gewinnen. Schöne Satz. Wichtig. Komm an. Ja, checkt. Schlecht ins Leck gekommen. Let's go. Wichtig. Let's go. Let's go. Schön, jetzt habe ich einen Wurf. Das ist crazy. Let's go, wichtig. Wichtig, er spielt auf jeden Fall über seinem Niveau gerade. Mal gucken, ob er es halten kann. Ich kann es. Geil. So passt es. Anwurf zum Leck, zum Match, alles. Come on. Ich bin richtig nervös. Jetzt wird es eklig. Fuck. Gib den Anwurf ab. Oh, ist das scheiße. Let's go. Auf geht's. Let's go. Wieso 140 hat mein Arsch gerettet. GG. GG. Oh mein Gott. So am Ende durchgemogelt. Schönes Comeback. Halbfinale. Der Anwurf ist egal. Enjoy the game. Enjoy the game. Viel Spaß. Boah. Boah, ich weiß nicht, wie ich die Darts da rein bekomme. Ich bin richtig am Zittern. Ich bin richtig am Zittern, Chad. Das ist egal. Tops steht. Ich wollte gerade einfach, dass nächste Runde Tops clean steht. Ich hab das. Boom. Come on. Egal was passiert ist. Wir haben es gecheckt und es ist gut so. Wir spielen gar nicht so gut, aber ich komme über den Fight. Wichtiges Triple. Nein. 104 ist aber geil. Haben wir vorhin gecheckt. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin zur Stelle. Wenn er nicht checkt, ich bin da. Come on. Ein Leck noch. Und 66. Er checkt. Jetzt hab ich Anwurf. Fuck. GG. Uh. Finale. Oh. Wir fahren nach Berlin. 62 im Schnitt. Come on. Das ist möglich zu gewinnen. Ein mentales Spiel. Wer die Nerven bewahrt hat, hat gewonnen da gerade. War jetzt nicht spielerisch. Das ist irgendwie krass. Come on. wird er machen ja egal in vorn auch als nur hinten gelegen zum break passiert 140 er wird so langsam und back to back so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.